Flavius Adabur Aspar war ein oströmischer Herrmeister und Patricius Alanischer Abstammung. Leben Der oströmische Kaiser Theodosius II. Er nannte 424 Aspars Vater den Magister Militum Adaburius zum Oberbefehlshaber einer Armee, die seinen Vetter Valentinian in Italien als Kaiser einsetzen und den Usopator Johannes stürzen sollte. Adaburius übernahm das Kommando der Flotte und schickte seinen Sohn Aspar auf dem Landweg voraus. Dieser konnte im Handstreich 425 Aquilaia einnehmen. Johannes, der vergeblich auf hunnische und germanische Hilfstruppen unter dem Befehl des Äzios gewartet hatte, wurde schließlich durch Verrat gestürzt. Adaburius war durch Zufall in seine Hände gefallen, wurde jedoch da Johannes noch immer auf eine Einigung mit Theodosius II. hoffte, zuvorkommend behandelt. Adaburius gelang es, eine Reihe von weströmischen Offizieren, die der Usopator 423 ihrer Posten enthoben hatte, zu einem Putsch gegen den Zivilisten Johannes anzustacheln, der auch gelang. Nach der Gefangennahme wurde Johannes im Mai des Jahres 425 enthauptet, nachdem ihm zuvor eine Hand abgeschlagen worden war. Drei Tage nach seinem Tod kam es zu einer blutigen Schlacht zwischen Anspar und Äzios, die aber unentschieden endete. Äzios verständigte sich daraufhin mit Adaburius und Anspar und trat als Gomes in den Dienst der neuen weströmischen Regierung. Valentinian III. wurde wenig später zum Augustus erhoben, als Kaiser im Westen eingesetzt und von Ostrom anerkannt. In den Jahren 431 bis 434 kämpfte Aspar mit weströmischen Truppen gegen die Vandalen, die in die römische Provinz Afrika eingefallen waren. Er wurde hierfür zum Konsul ernannt und trat dieses Jahresamt im Januar 434 in Katargo an. Später führte er in den 440er Jahren mit oströmischen Truppenkrieg gegen die Sassaniden und Hunnen. Aspar war nun als Magister Militum und gewesener Konsul der starke Mann in Konstantinopel und unterstützte 450 nach dem Tod des Ostkaisers, Theodosius II., die Wahl Markians, der unter ihm gedient hatte, zum neuen Kaiser. Nach dem Tod Markians setzte Aspar, der dem Arianismus anhing, 457 seinen Kandidaten Leo I., der römisch-katholischen Glaubens war, gegen den zweiten Herrmeister Entemius durch. Aspar war durch Heiratsverbindungen, auch mit oströmischen Senatoren, bestens mit der Reichselite vernetzt. Sein großer Einfluss war neben seinen militärischen Erfolgen vor allem auf seine militärische Gefolgschaft zurückzuführen. Die vor allem aus Goten bestand, ob ethnische Zugehörigkeit bei den folgenden Konflikten eine Rolle spielte, wie man lange annahm, ist bei genauerem Hinsehen aber fraglich. Bemerkenswert ist, dass Aspar offenbar mindestens einmal selbst das Kaisertum angeboten wurde. Er dies aber ausschlug, offenbar wollte er lieber der starke Mann hinter dem Thron sein, als selbst den Purpur zu tragen. Mit Hilfe seines bewaffneten Anhangs versuchte Aspar früh gegenüber Leo I. Die Nachfolge seines Sohnes Patricius als Kaiser zu erreichen, scheiterte jedoch, da Leo seit 466 den Isaurier Xenon, den späteren Kaiser, als Gegengewicht mit einer eigenen Gefolgschaft aufbaute. War schon Makian keineswegs nur eine Marionette Aspars gewesen. So emanzipierte sich Leo immer mehr von seinem mächtigen Gönner und enthob 466 67. Aspars Sohn Adabor unter dem Vorwurf des Hochverrats seiner Ämter. Er gründete zudem eine neue, schlagkräftige Garde, die Ex Cubitores. Doch eine Entmachtung Aspars gelang nicht. 470 konnte er die Erhebung des Patricius zum Cäsar erreichen. Aspars war nun nicht nur Vater des designierten Thronfolgers, sondern hatte auch als Konsular. Patricius und Prinz Epsenatus alle ihren Titel erhalten, die überhaupt vergeben werden konnten, und schien unangreifbar. 471 wurde Aspars dann aber aufgeheißt des Kaisers, der sich geweigert hatte, Patricius mit seiner Tochter zu verheiraten. Im Palast gemeinsam mit Adabor und Patricius von Leos Leuten überfallen und ermordet. Nur Patricius konnte offenbar verletzt entkommen. Aspars Leichnam wurde zerstückelt und heimlich aus dem Palast geschafft. Die Versuche seiner Gefolgschaft, Rache zu nehmen, blieben erfolglos, ihr Angriff auf den Kaiserpalast wurde von den Ex Cubitores abgewehrt. Damit war der erfolgversprechendste Versuch eines Herrmeisters gescheitert, sich in Ostrom dauerhaft eine ähnliche Position aufzubauen, wie es einigen germanischen, aber auch römischen Magistri Militum im Westen gelungen war. Da sich Kaiser Anastasios I. um 500 auch des Einflusses der Isaurier entledigen konnte, konnten die oströmischen Herrscher wieder erhebliche Handlungsfreiheit gewinnen.